Heute gibt es das letzte Video. Viel Spaß! Hey Leute und herzlich willkommen zum letzten Video 2019. Wie immer, traditionsgemäß vor Weihnachten gibt es mal ein kleines Revue, was alles auf diesem Channel so war, was nächstes Jahr so kommt, wie sich alles entwickelt und so weiter. Grundsätzlich war dieses Jahr eine ganze Menge bei mir. Ich bin fertig mit dem Studium, arbeite jetzt. Es klappt trotzdem noch mit YouTube, was heißt, ich habe es trotzdem geschafft, mehr oder weniger Videos zu machen, was mich sehr freut, weil ich das wirklich gerne mache. Aber einige Sachen haben auch nicht geklappt. Beispielsweise wollte ich eigentlich eine komplette Reihe, so eine Tutorial-Reihe auf einer Plattform veröffentlichen. Das habe ich zeitlich einfach nicht geschafft und ich werde es wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht schaffen. Was mich richtig ärgert, ist, dass meine Webseite quasi fertig ist. Also ich habe sie wirklich fertig. Sie liegt auf meinem Demo-Server. Das Problem ist, ich warte hier noch auf sechs oder sieben Freigaben von Kunden, von Partnern und so weiter, dass ich das so nutzen darf und so weiter. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass ich sie im Januar endlich veröffentlichen kann. Mich würde es sehr freuen, wenn es endlich mal fertig ist und ich nach irgendwie zwei Jahren endlich mal wieder eine Website habe. Aber seid gespannt, da gibt es dann ein Video zu, wenn die endlich online geht, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich live streamen. Aber grundsätzlich erstmal von mir ein riesen Dankeschön an die gesamte Community, an alle, die hier in den Kommentaren helfen, die mich verbessern, die Vorschläge für neue Videos haben und so weiter. Aber auch ein riesen Dankeschön an die gesamte Discord-Community, hier vor allem an die aktiven Mitglieder, sowie die Admins natürlich, die die ganze Geschichte da am Laufen halten. Das heißt, ich selbst habe einfach nicht genug Zeit, das zu managen, zu gucken, dass da alles läuft, wie es laufen soll. Und da helfen diese User mir eine ganze Menge und deswegen ein riesen Dankeschön von mir an dieser Stelle. Aber falls ihr selbst noch nicht auf dieser Plattform seid, kann ich das nur empfehlen, einfach mal vorbeizuschauen. Es kostet nichts. Es ist kein Abo oder irgendwas. Es ist einfach ein Forum, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Klickt drauf, sagt Hallo, stellt eure Fragen, helft anderen. Das ist, wie gesagt, einfach eine Community, wo man sich gegenseitig helfen kann. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin sehr zufrieden, wie der Channel sich entwickelt hat. Mittlerweile fast 18.000 Menschen und zum Zeitpunkt dieses Videos, wahrscheinlich, wenn es online geht, sind es weit über 18.000 Menschen. Was ich nie gedacht hätte, weil wir uns hier in einer wirklich kleinen Nische bewegen. Und nächstes Jahr wird es hoffentlich genauso weitergehen. Was heißt, ich habe vor, eigentlich weiterzumachen. Mir macht es viel Spaß und ich hoffe auch, dass es euch mehr oder weniger auch Spaß macht, diese Videos anzusehen. Wenn ihr Vorschläge habt für nächstes Jahr, was für Videos kommen sollten, was ihr gerne sehen würdet auf dem Channel, schreibt es einfach mal in die Videokommentare. Gerne würde ich gucken, dass ich das berücksichtige und auch ein bisschen schaue, dass für jeden was dabei ist. Das heißt, ich habe jetzt ja auch schon in den letzten Wochen einige Videos gemacht, die extrem nischenhaft sind. Was heißt, die keinen allgemeinen Verwendungszweck haben, sondern extrem eine Nische sind. Und das wird auch in Zukunft kommen. Die bringen zwar keine Klicks und interessieren vielleicht nicht alle von euch, aber ich finde diese Videos wichtig, weil sie im Internet einfach nicht existieren. Was heißt, ja, deswegen würde ich das gerne so weitermachen. Aber grundsätzlich schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr gerne sehen würdet. Ansonsten, ja, kann ich nur frohe Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das erste Video wird wie immer ein Trends-Video nächstes Jahr werden. Wann genau das kommen wird, weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich in den ersten zwei Januarwochen wird das wahrscheinlich veröffentlicht. Grundsätzlich, wie gesagt, schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald. Ciao. Gut, 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 gut Untertitelung des ZDF, 2020